Ein herzliches Grüß Gott bei 5 Minuten mit Annett Pilzel. Wir haben jetzt beim Punkt 6 unsere 8 Punkte für die Ruhe besprochen, wie wichtig es ist, Geduld und Weisheit zu üben, zu praktizieren. Im Jakobusbrief 1, Vers 2 bis 8 steht es so wunderbar beschrieben, was es heißt in Herausforderungen, Geduld und den Glauben zu stärken. Und auch, dass wir jederzeit um Weisheit bitten können. Weil die Weisheit, die Gott uns schenkt, hilft uns, um zu erkennen, wo ist Gottes Hand, wo ist sein Wirken, wo ist er gerade dabei etwas zu tun in meinem Leben und im Leben der anderen. Und die Geduld und die Weisheit ist so wichtig für den nächsten Punkt, um herauszufinden, wirklich die Abfolge der Events, die Gott durchführt, zu erkennen. Weil wir planen oft Dinge und Situationen, Abläufe, Projekte und unser Leben. Aber es findet dann ganz anders statt, weil Gott etwas ganz anderes geplant hat. Weil seine Planungen oder auch sein Zeitplan ganz anders ist. Deshalb vertrauen wir ihm ja, seinem Plan und seinem Zeitplan. Wenn wir sagen, Herr, du bist mein guter Hirte, du führst mich, dann muss ich ihm auch glauben, wenn er mich durch Situationen oder durch Herausforderungen führt, die ich so in dem Moment noch gar nicht verstehen oder nachvollziehen kann. Rückwirkend betrachtet erkennt man aber oft den Sinn darin, dass es wichtig war, dass es notwendig war, um etwas erleben zu dürfen, erleben zu müssen in dem Moment, wo wir denken, für was soll das jetzt gut sein. Jahre später werden wir es erkennen und es führt zu inneren Frieden. Weil jedes Problem, jede Herausforderung bringt auch noch Unstimmigkeiten, Unreinheiten, die in uns sind, alles hervor, alles ans Tageslicht, ans Licht. Weil wir sagen ja auch, Herr, ich bin Werkzeug, mach mich brauchbar für deine Hand. Dann müssen wir auch zulassen, dass er uns reinigt. Dass er uns reinigt von allen Komischkeiten, die wir uns über die Jahre angeeignet haben oder auch noch in uns tragen. Vor allem vielleicht auch die Unvergebenheit oder Ärgernisse. Ärge dich nie über etwas, über eine Situation oder eine eventuell falsche Entscheidung. Es ist immer zu etwas Gutem Nutze. Der Herr nutzt es immer für etwas Gutes. Er macht aus allem etwas Gutes. Auch wenn wir mal einen Bock schießen oder sagen, ja, das war jetzt wirklich ein Fehler. Er macht etwas Gutes daraus, weil er sieht das Ganze. Und wir werden ja auch oft als Werkzeug benutzt für die Führung anderer Menschen, um anderen Menschen auch zu helfen, um ihnen auch zu zeigen, du ändere hier etwas oder wir helfen dir beim Umdenken, zeigen ihnen neue Perspektiven. Wir sind der Werkzeug in Gottes Hand hier auf dieser Erde. Botschafter für ihn. Und deshalb müssen wir ihm auch erlauben, die Abfolge der Events zu gestalten. Uns geht es oft vieles viel zu langsam. Aber rückwirkend betrachtet erkennen wir, dass gewisse Dinge erst stattfinden müssen, damit überhaupt der nächste Schritt dann stattfinden kann. Und Gott sieht das ganze Bild und er arbeitet an allem von uns. Und er führt es für alle zum Guten, wenn wir es ihm zulassen. Wenn wir zulassen, dass er uns weiterformt, dass er uns reinigt, dass er uns heilt, dass er wirklich uns Schritt für Schritt weiterbringt, dass er zeigt, was er vorhat. Wir müssen einfach erkennen, in seiner Hand geborgen zu sein, beschützt, behütet, versorgt, geführt. Und dann positioniert er uns auch dort, wo wir hingehören, wo er möchte, dass wir sind, damit wir dort ein Segen sein können für andere Menschen. Damit wir dort das tun können, was er durch uns tun möchte. Weil wir tun es ja nicht aus eigener Kraft. Er wirkt ja in uns, für uns und dann durch uns. Und immer zum Segen für andere Menschen. Und oft müssen wir dann einfach auch durch gewisse Herausforderungen hindurchgehen, die unseren Glauben auch prüfen und stärken. Und das ist das Spannende daran, wenn wir ihn dann darum bitten, Herr, zeig mir deinen Weg, zeig mir deine Hand, wo bist du am Arbeiten. Bitte um Weisheit. Und er wird sie dir gerne geben. Studiere heute nochmal den Jakobusbrief. Auch gerne in mehreren Übersetzungen. Und ich wünsche dir weitere, neue Erkenntnisse und Offenbarungen. Und dass du wirklich lernst, deinen Weg zu genießen. Von A nach B. Du möchtest etwas verändern. Und du siehst es auch schon. Aber genieß auch den Weg. Und ärgere dich nie, wenn du meinst, du hast mal falsch abgebogen auf deinem Weg oder eine falsche Entscheidung getroffen oder etwas. Es war nie falsch. Du hast auf diesem Umweg dann andere Dinge gelernt, andere Menschen kennengelernt oder andere Situationen erlebt. Es hilft dir alles bei deinem weiteren Wachstum. Und wenn wir beginnen, unser Leben so zu sehen, dann ist wirklich jeder Tag einfach ein nächster Wachstumsschritt. Ein nächster Schritt. Es geht immer um den nächsten Schritt und es geht immer um den heutigen Tag. Und das wünschen wir dir. Und eine gute Woche, dass du wirklich jeden Tag bewusst lebst und einfach bewusst die Dinge tust, die heute dran sind. Und bitte Gott um Weisheit und um Führung. Und er gibt sie dir gern. Wir wünschen dir einen schönen Sonntag voller Frieden und Gottvertrauen. Dass du wirklich dein Gottvertrauen stärkst und stehst. Egal was da draußen passiert in dieser Welt. Dass du wirklich einfach sagst, Herr, du bist mein guter Hirte und du führst mich auf grüne Auen zum Ruheplatz am Wasser.